In diesem Video teile ich eine Lösung mit Ihnen für ein echt kniffliges Problem. Ich mache es konkret und zeige Ihnen, um was es geht. Zunächst importiere ich das Video in Topaz Video AI. Das Ganze ist eine etwas ältere Aufnahme. Das Video ist ein Scan von einem Super 8 Material. Und auf den ersten Blick ist schon zu sehen, dass die Aufnahme zwar optisch gut ist, aber der Kameramann die Aufnahme sehr stark verwackelt hat. Das ist schon ziemlich heftig und führt hier auch zu solchen Doppelbelichtungen. Es ist kein Interlist Material, aber die Lösung, die ich Ihnen gleich zeigen werde, würde auch bei Interlist Material mit Halbbildern funktionieren. Das Prinzip ist also das gleiche. Ich möchte das Bild nicht hochskalieren, denn die Auflösung ist in Ordnung. Ich möchte sie aber stabilisieren. Und das Ganze mache ich erstmal über eine Vorlage. Dazu gehe ich hier auf Presets und wähle Auto Crop Stabilization. Und jetzt werden hier schon die Parameter vorhin gestellt. Zum Beispiel hier bei den Filtern ist die Stabilisierung automatisch aktiviert worden. Und auch hier unten bei Enhancement, also der Bildverbesserung, wurde das Proteus KI-Modell gewählt. Ich lasse es jetzt mal so. Und ich könnte jetzt auf Export gehen. Aber auch hier nochmal die Erinnerung. Das macht wenig Sinn, denn dann würde das komplette Video berechnet werden, was durchaus viele Stunden Zeit in Anspruch nehmen kann. Und ich kann nicht sicher sein, ob mir das Ergebnis gefällt. Deshalb berechnen Sie immer erst mindestens eine Vorschau. Diese steht hier aktuell auf zwei Sekunden. Ich ändere diese auf eine Sekunde. Denn dann geht die Berechnung schneller. Und starte das Ganze hier mit einem Klick auf Preview. Gegebenenfalls werden bei Ihnen noch Modelle heruntergeladen. Bei mir ist das schon geschehen. Und die Vorschau-Berechnung startet sofort. Das geht hier relativ flott. Und jetzt bekomme ich hier das Ergebnis angezeigt. Ich gehe mal auf die Vollansicht. Hier links sehen Sie das Original. Hier rechts sehen Sie das Ergebnis. Ich spiele das Video ab. Und jetzt kann ich erkennen, dass die Stabilisierung sehr gut funktioniert hat. Aber im Bild selbst gibt es Störungen. Ich gehe mal etwas weiter hinein. Hier sehen Sie solche Zuckungen. Ich berechne nochmal ein anderes Beispiel, wo es noch mehr auffällt. Ich habe hier mit Edit Trim einen etwas anderen Bereich ausgewählt. Indem ich einfach einen Einstiegspunkt und einen Ausstiegspunkt definiert habe. Ich klicke auf Apply. Ich spiele das mal ab. Und auch hier sehen Sie sofort, wie stark diese Aufnahme verwackelt ist. Ich gehe mal einzelbildweise durch. Achten Sie mal hier auf diesen Bereich. Ich gehe mal näher ran. Hier kann ich schon erkennen, dass in der Originalaufnahme Bildfehler enthalten sind. Und das macht es natürlich super kompliziert, hier für Topaz Video AI das Ganze zu stabilisieren. Das gleiche Phänomen haben Sie auch, wenn Sie mit Halbbilder arbeiten und ein Dehinterlesing durchführen. Ich berechne das jetzt nochmal mit den gleichen Parametern wie eben. Allerdings gehe ich hier auf zwei Sekunden, damit wir einen etwas längeren Ausschnitt erhalten. Ich klicke wieder auf Preview. Sollten Sie noch nicht allzu vertraut sein mit Topaz Video AI, ich habe jetzt hier zwei Preview Clips vorliegen. Hier aktiv ist der zweite, den ich eben berechnet habe. Wenn ich umschalten möchte auf meine erste Vorschau, dann klicke ich einfach hier oben drauf. Ich möchte mir jetzt aber das zweite Ergebnis ansehen. Auch hier wechsle ich wieder in die Vollansicht. Zur Erinnerung, hier links ist das Original, rechts ist das Ergebnis. Schauen wir uns mal an, was Topaz Video AI daraus gemacht hat. Auch hier ist die Stabilisierung wirklich beeindruckend. Aber wenn Sie mehr auf die Personen achten, ist wieder zu erkennen, dass hier deutliche Blitzer sind. Ich gehe dazu etwas näher in das Bild hinein. Und das gefällt mir so natürlich nicht. Und jetzt muss ich etwas um die Ecke denken. Zum einen habe ich die Möglichkeit, hier neben einer Rolling Shutter Korrektur auch das sogenannte Chittery zu reduzieren. Das kann ich mal probieren. Hier habe ich jetzt die Möglichkeit, mehrere Durchgänge anzugeben. Auch das lasse ich mal auf den Voreinstellungen mit dem Wert 2. Das heißt, es werden zwei Durchläufe gemacht. Ich klicke wieder auf Preview und berechne meine Vorschau. Sie sehen schon das Prinzip dahinter. Sie wechseln einfach immer die Parameter und berechnen 1 oder 2 Sekunden einer Vorschau und vergleichen dann das Ergebnis. Und erst wenn Sie zufrieden sind, dann exportieren Sie den Film. Das sieht schon etwas besser aus, aber es ist nicht die Lösung für das Problem. Um es vorwegzunehmen, ich möchte Sie ja nicht langweilen. Ich habe hier relativ viel Zeit und Mühe reingesteckt, um einer Lösung näher zu kommen. Und die Lösung aus meiner Sicht ist eine Kombination aus der Reduzierung dieser Chittery Motions und noch einem anderen Wert. Als erstes würde ich Ihnen hier empfehlen, den Durchlauf der Phasen von 2 auf den höchsten Wert zu stellen. Das ist leider im Ergebnis dann so, dass das Ganze deutlich länger braucht, weil diese Bewegungen werden eben analysiert, werden korrigiert und dann eben jetzt in dem Fall 5 Mal durchlaufen. Das sorgt aber für ein viel besseres Ergebnis. Aber auch das hätte noch nicht gereicht. Die Lösung versteckt sich in einer Funktion, die sich Duplicated Frames nennt. Auch darauf bin ich im Lernkurs zu Topaz Video AI eingegangen. Allerdings gab es dazu kein Videobeispiel. Um die Duplicate-Funktion zu aktivieren, wähle ich hier Frame Interpolation. Ich aktiviere das hier. Und hier könnte ich natürlich jetzt eine Zeitlupe machen, aber darum geht es mir ja nicht. Ich werde die Anzahl der Frames nicht verändern. Ich werde das alles so lassen, wie es ist. Aber ich habe jetzt hier die Möglichkeit, diese Funktion Replace Duplicate Frames zu aktivieren und zu deaktivieren. Und hier stelle ich den Wert gleich mal auf einen etwas höheren Wert ein. Ich nehme mal 40 und lasse das Ganze gleich mal berechnen. Und während die Berechnung läuft, erkläre ich Ihnen, was sich hinter der Funktion verbirgt. Bei Duplicated Frames sucht Topaz Video AI im Prinzip nach doppelten Bildern. Und die entstehen normalerweise dadurch, dass wenn zum Beispiel ein Videomaterial mit, sag ich mal, krummen Werten vorliegt, vielleicht mit 29,97 Bildern im NTSC-Format und Sie das Ganze auf ein PAL-Format bringen mit 25 Bildern, dann muss Ihre Videoschnittsoftware eine Anpassung machen, indem Bilder weggelassen werden oder hinzugerechnet werden oder in einer anderen Geschwindigkeit abgespielt werden. Und wenn Sie dann einen Videoclip, den Sie mit einer Videoschnittsoftware oder auch mit einer anderen Software berechnet haben, hier in Topaz Video AI importieren, dann kann diese Berechnung dazu führen, dass es hier Probleme mit den KI-Algorithmen gibt. Und Topaz Video AI ist so schlau, das Ganze zu erkennen und etwas dagegen zu tun. Und das können Sie aktivieren mit dieser Funktion Replace Duplicated Frames. Im Prinzip schaut sich da die Software an, welche Einzelbilder kommen denn vor der Problemstelle und welche Bilder kommen nach dieser Problemstelle und dann wird das Ganze hier korrigiert. Schauen wir uns das Ergebnis an. Und jetzt kann ich erkennen, dass es zwar hier noch einmal kurz aufblitzt, das ist der Moment, wo das Bild diese Doppelbelichtung hatte, aber ansonsten sieht das Ergebnis hier deutlich besser aus. Vergleichen Sie das mal hier links mit dem Original. Also mit diesen Einstellungen können Sie Ihr Originalbild auf jeden Fall deutlich verbessern. Ich würde jetzt im nächsten Schritt noch die Parameter etwas anpassen. Ich würde zum Beispiel hier die Sensibilität nochmal versuchen anzupassen, indem ich den Wert etwas niedriger einstelle oder auch erhöhe. Es kann sich auch lohnen, das KI-Modell zu wechseln, zum Beispiel hin zu Apollo Fast. Und so würde ich mich langsam rantasten mit den Previews, also mit den Vorschauen, bis ich zufrieden bin. Und erst dann würde ich den Film hier mit Export exportieren. Exportieren Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017